Moin moin und herzlich willkommen hier zu Skull! Wuuu! Skull! Hopplase! Wuuu! Wir haben das eingeschaltet, das hier zu einer Experimentrunde. Experiment, weil wir hier einfach irgendwelche Dudes nehmen und sie durchs Verbessern irgendwie verhoffen, dass sie besser werden. Bis jetzt klappt das ganz gut, aber ich zweifle irgendwie ein bisschen dran, dass wir damit echt weit kommen. Komm! Komm! Und betracht, dass wir hier weniger Leben kriegen, als es uns eigentlich versprochen wurde. Mach sie weg! Was macht ihr da unten denn? Hier oben spielt die Musik. Hm! Ich komme! Weg mit euch! Schädel! Wir brauchen ja 100 als nächstes. Eigentlich brauchen wir ja noch 130. Weil wir den Mini-Tauris ja auch noch hochballern werden. Uiuiuiuiui! Was geht denn hier ab? Und dass wir geheilt werden, merke ich irgendwie gar nichts von. Drei Kills. Dings und gedöhnt. Was ist hier oben los? Du Magadu! So. Ja, Frau die Keks. Uuuuuh! Einzigartig. Aber wir machen den erstmal weg. Den hatten wir ja auch schon, ne? Das ist ja die Seelenrüstung gewesen, ne? Laviare, Bezauberung. Fränger erhöht. Bei einem erfolgreichen Gegenstand-Angriff erhöht sich der physische Angriff drei Sekunden lang um 80%. Durch ein... Also, was greift denn bei uns großartig an? Zählt Verbrennung als Gegenstand-Angriff? Ansonsten würde ich sagen, dass hier... Und wirken eine brennende Kugel halt, ne? Erhöht Temposchädel und... Temposchädel haben wir nicht. Wir haben Ballons. Ja, dann nehmen wir das hier. Ah, aber was weggeheben? Weg weg? Ähm... 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 Im Brand setzen, ne? Wir haben ja unsere Dingsen. Wenn wir Fähigkeiten benutzen, die Kugel. Die muss ja zählen. Warte mal, wie sieht unser Gegenstand aus? Wie so ein... Ähm... Ninja-Stern. Guck. Zack. Ja, da unten haben wir. Das zählt. Uiuiui. So, was machst du nochmal? Achso, er gibt einen Schädel. Für Leben. Den wir weg machen. Also Knochen quasi. Ja, du weg. Zack. Huuu. Noch mehr Schädel. Wir brauchen noch... Wenn wir jetzt noch so einen einzigartigen finden würden... Dann... Dann hätten wir genau 100. Uiuiui. Lassen Sie mich durch? Kommen Sie raus? Äh, kommen Sie her, meine ich. Nee, kommen Sie raus. Draußen sind Sie ja schon. Wuiui. Oh, der Knight Rider hatten wir ja schon. Weg damit. Kurur. Komm, sei her. Bam. Bam. Bam, 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 bam. Hallo, die explodieren alle. Was hast du? sehr gut und du was machst du noch mal fähigkeiten glaube ich ne du wirst der fähigkeiten typ oder segen ne fertig halten verbessern sei doch ich kriege andere leute er kann aber verbessern ja sagen was können wir jetzt bogenschützen und den soldaten in der rüstung und den na gut kannst du mich auch verbessern kriegt dann zwei fähigkeiten davon müssen wir glaube ich erst mal leveln oder was hat er jetzt gekriegt den knüppel stört vorwärts verursacht schaden wenn die tasse nochmals gedrückt wird bevor die attacke beendet wird schmetter attacke mal ausprobieren gleich habe das jetzt so schnell gar nicht kommen sehen also nicht gar nicht so schnell schmettern sehen was machen wir unten was soll ich machen ihr räumt da unten auf ne ich mach mal hier oben weiter wie schmetterattacke weil ich habe zweimal hintereinander gedrückt also müsste ja direkt schmettern bevor die angriff beendet wird werden die schmetter mit der stumpfen waffe ausgeführt ach so das ist die schmetter attacke oder was das dann auch mal nach gibt so zack naja so zack naja kommis her kommis her kommis her kommis her hallo heioioioio heio heioioio Alle drei. Sehr gut. Ja, die ist schon mal benebelt. Hey, hey, hey. Der ist schon mal weg. Ui, 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 ui. Scheiße, schuld hier. Bamm. Seh nix. Ui, ui. Der Heldenmörder. Ich hab eine Errungenschaft gekriegt, der Heldenmörder. Weil ich bestimmt schon 100 Helden getötet hab. Bestimmt. Warte, da muss ich mal nachgucken eben. Äh, ja. 100 getötet. Okay, ja. 23 Knochen. Am Ende war 91. Wenn du diese Lizenz verwendest, bewegt sie dich hinter den Gegner, der dir am nächsten ist. Pam. Da drehe ich noch nicht, ne? Beide brauchen 100, oder? Ah, ne. Der braucht nur 30. Ach ja. Ist ja auch noch. Aber er hier braucht 100, ne? Ja. Machen wir ihn erst auf 100? Also ich mein, wir brauchen ja nur noch 10. Machen wir ihn erst mal... Ihn erst mal. Und machen dann beim nächsten direkt einen von den Beinen. Ja. Jetzt hat er auch nämlich zwei Angriffe. Ähm, stürmt vorwärts und verursacht Schaden. Boom, boom, bam. Wenn die Tasse nach einem Treffer der Fertigkeit erneut gedrückt wird, wird der Gestamp noch einmal ausgeführt. Mal gucken. Bam, bam. Und wenn ich das nur einmal mache? Bam. Dann macht er ja nur so, oder? So. Okay. Come on. Puff. Oder was? Ja. Er schüttert beim Einsatz einer Fähigkeit den Boden viermal, wobei die Gegner in der Nähe Schaden kriegen und 10% ähm, Betäubungschance. Achso, die Hände auf mir gehören ja gar nicht mit zu mir. Shit. Hey, 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 hey Ich hab gleich kein Leben mehr. Das ist das Problem. Okay, das ist meiner. 15 Leben, oder? Knochen. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Jump'n'One-Spie hier? Uh. Autsch. Da springen wir am besten nicht gegen, hab ich das Gefühl. Alter. Explodieren alle. Okay. Guck mal, Junge. Und weg damit. Also, irgendwann müssen wir ihn natürlich auch spielen, wenn wir den auch auf Legendary haben möchten, ne? Ist ja klar. Uiuiui, ich lass die mal machen, ne? Schieße ich nieder. Ein scheiß Geister an. Schmutz. Aber jetzt brauchen wir auf jeden Fall Heilung. 35 Leben. Ich mein, wir haben ja 8000 Gold. Warum auch immer wir auf einmal so viel Gold haben. Okay, erzeugt beim Sprint eine magische Masse und erhöht die Abklingzeiten der Fähigkeiten. Dann kann ich noch mehr Soldaten rufen. Tsch, 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 tsch. Äh. Bei einer Attacke von normalen Angriffen. Ja, aber was weg dafür, ne? Diese 10% zum Beispiel? Ja, theoretisch ja, ne? Hm, aber dann würde ich ja eher das hier tatsächlich nehmen. Erstmal zumindest. Vor allem steht da. Erhöht die Abklingzeit von Fertigkeiten um 3. 0%. Ersteht nicht mal 30. Äh. Oder der Ninja-Stern. Aber. Ich weiß nicht. Wir nehmen das. Und schmeißen dafür die 10% weg. Poing. Wir können ja sogar einmal rerollen, ne? Erhöht physisch noch Magie, wenn du falls du höchstens von zwei Gegner umgeben wirst. Also bei Boss sehr gut. Äh, jetzt würde ich das hier wegschmeißen. Ja, dann machen die, machen wir die 25% weg, weil, äh, die 25%, ja, die 25% weg, weil dafür kriegen wir ja die 70%. So, und jetzt könnten wir sogar noch die hier holen. Mit einer Wand. Die Wand, glaube ich, ist auch schon wichtig. Wichtig. Aber was ist dafür weg? Was ist dunkle Magie eigentlich? Abklingzeit. Fertigkeiten. Ja, nee, ähm, äh. Eigentlich die Kugel dafür weg, ne? Ja, kommt das. Und dafür die Kugel weg. So. Noch mehr Knochen. Wir brauchen noch ein paar. Weg, 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 weg. Weil, je mehr Fertigkeiten wir loswerden, desto schneller kann ich mir noch mehr Leute holen. Und dann rennen da noch mehr Leute rum, oder? Ja. Ja. Schnauze, du. Schnauze, du. Den möchte ich auch gerne noch spielen, weil den hatten wir auch noch nicht, ne? Den Gefangenen. Aber erstmal brauchen wir seine Knochen. Fünf Knochen befüllen uns noch. Guten Tag. Und weg mit dir. Und weg mit dir. Werden auch jemanden schreitzen? Hey, hey, hey. So. Was kriegen wir denn hier, Schönes? Betäubte Gegner erleiden 60 Schaden zusätzlich. Angriffe betäuben die Gegner alle 10 Sekunden. Oh, wir betäuben die auch, ne? Durch unser Wechseln. Betäubte Gegner erleiden 60 Fixschaden. Angriffe betäuben die Gegner. Oh, das ist auch einzigartig. Das ist gewöhnlich. Wollen wir auf so viel Leben verzichten? Als andere möchte ich gerne behalten. Oh, mein ganzes Leben. Wir brauchen kein Leben, wenn wir so viel Schaden kriegen. Äh, so viel. Nur betäubte Gegner haben. Aua. Okay. Aber, ne, da ist noch gar keiner hier. Wo soll der sein noch? Da, ach da. Bumm. Ich brauche noch 5 Knochen. Oh nein, jetzt kommt Boss, ey. Wird das schaffen? Das bezweifle ich irgendwie. Ich meine, wir haben noch ein Leben. Aber das Leben hätte ich gerne echt bis zum Schluss, ne? Äh, mal gucken. Wünsche mir Glück. Drückt mir die Daumen. Und toten und tatzen und alles. Aber vielleicht haben wir das ja doch. Ich hab nämlich gerade echt gute Hoffnung hier. Schaden machen wir auf jeden Fall ne Menge. Witz! Ja, Witz! Ey, wenn wir das Spiel durchschaffen mit so nem Standardcharakter hier, ne? Dann ist aber die Hölle am Einfrieren. Wenn eine Karte betreten wird, erhöht sich 15 Sekunden lang 7% physischer und 20% wird auf den nächsten zurückgesetzt. Verstehe ich nicht. Nehmen wir aber. Was? Zählt das eigentlich auch für den hier? Äh, wenn ich so mach? Ne. Ja, dann machen wir das hier weg, oder? Und scheiße auf den kaputten Mana-Motor. 30% Äh, 14 und 8. Und ohne das Auch noch 14 und 8. Also das bleibt ja gleich. Oh nein. Was hab ich jetzt denn mal? So. Und der weg. Ob wir jetzt weiterkommen, das siehst du in der nächsten Folge. Also unbedingt einschalten, nächste Folge. Unbedingt abonnieren. Ich würd mich freuen. Sprengt diese Zahl. Sprengt sie hoch. Wir sehen uns. Tschüss. Sprengt sie hoch. 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 Vielen Dank.